Moin seins und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play vom Brickfoss! Ja, zusammen mit ein paar Bastarden wie Winkler, Yaman, Cry-Aiming, Glitch und natürlich nicht zu vergessen, der absolute Oberschuh-Puster des Universums, Gekko. So, ihr könnt sehen, ich hab 99,74% eine Runde, ein guter Grund, Level-Up zu machen. Und da würde ich einfach mal sagen, ja, jetzt startet die Runde schon. Komm, Gekko, jetzt reiß mir deine Fresse aus, ich möchte mal kurz eine Zusammenfassung machen. Ich bin der Überkind des Universums, keiner reicht an mich ran, ich bin voll OP. Das war grad die Sichtweise, was Gekko über 10 Minuten lang gelabert hat. Was hab ich nie gesagt. Ja, Sonnstein. Kannst du mich kurz erwähnen, wegen YouTube-Kanal, oder soll ich, darf ich das so machen? Okay, danke. Also, bei können wir halt DigitalP alle abonnieren. Ja, es kommt wieder. Jetzt kommt Vorführeffekt, das war so klar, Vorführeffekt, ich werd erst mal direkt Zombie. Und zwar... Nein, ich hab nicht mal Glitch mitgenommen. Ey, GP, das, was Glitch grad gesagt hat, war doch echt gute Werbung. Ey, Glitch, äh, nein, ich bin runtergefallen, ähm, Cryming. Erst mal Steffi anstecken, ey. Cryming. Jetzt mach das hier mit Sayuri. Oh, ne. Soll ich? Nein, das machst du nicht. Moin, moin, Leute, hier ist Sayuri. Mia, ich bin... Alter... Boah, Junge, komm, fressen, sonst steck ich dich ins... Boah, Alter, es hat noch nie etwas Behinderteres gegeben. Nein! Leute, denkt euch nix davon, ähm, weil es ein behindertes Kind. Halt's Maul. Ach, komm, Winkler, Winkler, als ob, als ob du das schaffen würdest, Alter. Was, ich, was erwartest du? Mehrs Go als du, also. Es war doch klar, dass ich dich anlähme. GP, du kämpfst eh wieder. Ja, natürlich kämpf ich wieder. Ist ja nicht anders zu erwarten bei dir. Vor allem, guck mal, Vorführeffekt, ich werd Instant-Zombie. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass hinter mir jetzt ein Zombie ist. Ist da jemand? Winky! Oh, war das knapp. Ey, GP nimmst du auch? Da oben auf'm Dach. Nee, ich tu nur so. Fuck, ich bin runtergefallen. Egal, ich bin ja sowieso Master of Jumping dran. Haha, GP. Ach, da gibt's noch andere Wege, zu der Kirche zu kommen. Hinter dir, Cryming, hinter dir. Glaub mir. Nein. Lol. Komm, Gekko wird sowieso gleich angehängt, da bin ich mir sicher. Ach, Gekko ist schon gelähmt, da. Wundervoll. Oh, ich hab Licht hier dann Gekko angehängt. Oh, das war's, Gekko schon wieder die Headshot. Oh, machen wir doch, Leute. Russian. Russian, die zu Tode. Ah, Gekko, ich will ja nur sagen, ja, danke, dass du grad unter mir vorbeigelaufen bist. Vor allem, das Video wird über 20 Minuten sein, weil das nun mal ein... Achso, du bist lebender. Nein, ich tu nur so, ich tu nur so. Ich tu... Ah. Nein, Gekko, vergiss es, du machst das nicht mal. Nein, ich glaube nicht. Du kleines Hunde-Kuchen. Gekko, der Camper Number One wurde geholt. Ach, das Hundekuchen wird jetzt draufgehen. Oha. Boah, Junge, mit meinem OP-Score ja gerade eben alle weggefickt nach dem anderen Jahr und jetzt hier. GB ist... Boah, ich hab geholt den Scheiß, lass doch mal das fucking GB, Alter. Hey, GB, was ist denn? Ich mein, ich satt zu Hause immer zu dir, Fliegenfresser, aber ist doch kein Grund, mich GB zu nennen. Oha, GB? Oh, GB. Wieso ist so aggro? Ja, weißt du, es ist ein... Wie soll ich sagen, ein bisschen nervig und rufschädigend, weißt du? Bei so einem Spitznach. Rufschädigend? Ja, rufschädigend, Gekko. Das ist das Rufmod, was du machst. Ich mach jetzt einen auf Barney und zeig dich gleich an, weil mich irgendein Random in einem Online-Game mobbt. Ja, jetzt kannst du mich schon mal anhören. Irgendein Random-GP, oha. Randy. Ja, Randy, stimmt. Irgendein Randy, Bruder. Und das Telefonbibbel das mal. Wundervoll. GP? Ja, Sonnenschein. Prinzenrolle ist geil, ne? Auf jeden. Aber ich find Chips viel viel geil. Ey, kennt ihr Nicknox? Ich sitze Frist schon wieder. Ey, Alter, kennt ihr Nicknox? Nicknox sind Hammerprämie, Alter. Ohne Witz. So, Gekko, sei mein Meistersteiger auf meine Schopf. Pfff, die sind mir. Hilfe. Erstmal schön, Gekko auf den Kopf geschissen. Bestes Klo. Und jetzt machen wir doch schön Rührei nach Rezept. Junge. Ich pack's nie mehr. Da lacht der kleine Glitch. Na, auf jeden lacht er, der kleine Glitch, du. Klein Glitchi ist happy. Na? Ich hab mal GP zu. Ohnein, jetzt stinkt er mich voll mit seinem Eistunfisch, ey. Widerlich. Nenn das Kniebeugen am Morgen, vertreiben, Kuba und Sorgen. Ich weiß schon. Ich drin hier beinahe. Ja, auf jeden. Aber trotzdem, es bringt ja nichts. Die sieht man ja im Club nicht. Äh, Glitch, sag mal, wenn du da gerade nachmachst. Boah, Winky. Ey, Alter. Alter, da ist Winky unter uns. Was machst du denn? Glitch. Och. Guck. Glitch, wen hast du da gerade nachgemacht? Deine Mutter. Äh. Ich werde jetzt eher auf bei CZX gekommen. Ich würde sagen, sing Applaus. Applaus, Applaus für deine Worte. Mein Herz geht auf. Halt's mal. Wenn ich sing Applaus, Applaus für meine Art mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Oh, Glitch. Ich wünsch mir so sehr. Ich hör niemals damit auf. Hör auf. Ich weiß schon, Ohrenkrebserregend. Aber immer noch besser. Wer war denn das, der mir dieses schwule Outfit präsentiert hat? Ach ja, Vivo war das. Vivo, an dieser Stelle an dich. Du hast das absolute Hammer, Mega, Ober, Gay Outfit vorhin gehabt, ey. Ich bin ja fast an Augenkrebs gestorben, ey. Der Vivo hat sich ja einen D-Dings Kopf geholt, ey. Mir ist schlecht geworden bei dem Outfit. Ey, das hättest du sehen müssen, Alter, Geku. Augen auf und schon kriegst du da Geschwüre, die an Krebs erinnern. Nein, dein Outfit ist auch nicht gerade so bängig. Guck dir mal, Glitcht sein Outfit. Ich gewinne Germany's Next Topmodel, Alter, mit dem Outfit. Ey, Gepi. Der nimmt keinen Schaden, der Randy. Ey, Gepi, mein Outfit ist doch nicht scheiße. Das ist richtig scheiße, oder? Das ist nicht scheiße, das ist oberscheiße. Ne, mal scherz, mal seite, Glitcht, das sieht sogar noch relativ in Ordnung aus. Ey, Gepi, das ist kackt, genau. Sagen wir's nur, du wirst dafür nicht geschlagen. Okay, okay, das darfst du recht, Gepi. Och, ne. Komm, Geku, hinter dir, Winky, hinter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, das schaffe ich nicht. Komm, Geku, nehm ich doch mit. Nein, du hast mir ein Hedgef gegeben. Alter, wie ich sie alle mitgenommen hab, alle. Fuck. Nein, Glitcht. Leute, der lebt noch. Ja, der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch. Alter, hab ich jetzt gerade echt alle mit dem Brickshot mitgenommen. Oh fuck, oh fuck, jetzt kommt hier die Verstärkung. Cry, mein Lieber, vergiss es. Das machst du. Loh, es sind schon sieben Zombies hier am Werk. Ich hab schon wieder. Ja, natürlich. Ich hab wieder meinen Score-Hack an. Bruder, ey, ich bin Bruder. Nein, Cry, diesmal nicht. Diesmal nicht. Nein. Oh Gott. Den Applaus. Da hat mich... Ey, Winkler, ich hab den selben Score wie Winky. Wie Vicky. Winkler ist jetzt Vicky. Seid ihr damit einverstanden? Ne, Vinky. Vinky ist besser. Ich will Vicky. Vinky, Vicky. Ey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Sieh fest das Segel an. Hey, hey, Vicky. Vicky, Vicky, ja. Seid hat er mit. Leute, ich hab die Idee. Vinky, Vicky, steckt Dipsi. Ne, Vinky, Vinky steckt immer seinen Finger in den Poppuss. Oh mein Gott, wo bin ich denn nur gelandet, Alter? Ne, Vinky, Vinky macht gern Pipi. Verdammt, das treibt sich auch nicht. Ey, da kommt es eine an, jetzt geht's gleich hier weiter. Ja, dein Outfit ist hässlich. Geh von mir weg. Ja, ich bin in YouTube da. YouTube. So easy, wollte ich nur mal sagen. Oh, Vinky hat hoeren Score. Das Duell geht in die nächste Runde, mein lieber Vinky. GB bringt gar nichts. Hä, was feinst du mit GB? Soll ich mich irgendwie angesprochen fühlen? Ja, GB3050. Wichtig, du flieh, du bist nur ein elender Fliegenfresser, Alter. Ja, Gag hier. Wenn du scheißen gehst, dann kommen noch die halben Fliegen raus. Oh, neben mir. What the fuck. So komm. Lull, Triple Kill. Das solltest du nicht im Video wählen, Cry. Great Kill by Zombies. Lull, Alter, direkt Brickshot, Alter. Ist mir schon wieder ein Headshot. Hecker. X, 2, 5. Fuck, ich komm aber auch nicht mehr zu Potte, ey. Headshot, Hecker, Leute. Na, auf jeden. Gekko, der Headshot, Hecker. Ich mach auch. Das Beste war ja, ich wurde ja mal angeschrieben, dass ich einen Speed-Hecker habe, weil ich mit dem Warpik gerannt bin. Fuck, der ist jetzt einer Zombie hier, pass auf, pass auf. Und was? Lass dich doch nicht immer anstecken, ja, Mann. Der kommt Glitch schon hinten. Glitchy. Glitch. Geh mir bloß nicht abbrengen wie ein illendes Rektal-Vorunkel. Guck mal, was der in den Chat schreibt. Gipip. Ja, Sonnenschein. Beko, Hacker. Ich bin ein, genau, ich hacke auf Feldern, deswegen bin ich ein Hacker. Nein, was er da drunten geschrieben hat. Was steht denn da? Ich bin Gordon Free. Oder auch G-Man. Der ist doch kein Random, der ist ein Randy. Das ist ja auch ein Ob- Das ist Obbers-Randy. Da oben ist auch Randy. Der ist, der Rand- Der Randy wurde gerandied. Ey, die Kiki ist... Ja, ja, bin klar. Du kommst hier nicht mehr vorbei. Ja, Sonnenschein. Wie heißt dein Kanal? Ähm, deine Mutter 24. Ach so. Oh, schein. Nee, tut mir leid, ich hab dich vorstellt. Du Lacker. Ich heiße CryArtGFX, stimmt hart nach Maki. Gib mal ein, vielleicht findest du ja ein Video. Oh, klar. Ne, man, alle, die meine Videos gucken, ja, mein Channel heißt TRIALP. Könnt gern abonnieren. Bin zwar leider mit zwei... Alter, pass auf, die kommen jetzt angerandied. Ja, ist dein Kanal? Ja, Gekko. Gekko hat fliegen gelernt. Wundervoll. Hinter dir. Hinter dir. Glitscht. Wir sind die letzte Hoffnung der Menschheit. Okay, mach du eine Seite. Wie kommen wir machen? Ich mach die Seite. Oh, Gekko, der Randy. Oh, verpiss dich, GB. Auf jeden Fall, GB. Vergiss es, Winky, das läuft. Oh, ich kann mal die Geschichte deines eigentlichen Namens. Gekko kommt. Nein, nein. Der Fliegenfresser ist unterwegs. Wer kommt, aber ich glaub, Köpfe springen. Warte mal. Jetzt kommt, jetzt kommt der Ultra-Skill-Wurf. Ja, Mann! Ja, Winky. Ey, Glitsch, mein Sonnenschein. Wo stehst du gerade? Wie wo die... Ach so. Ich wundere mich schon, wo er auf dem Radar ist. Ja, mach ich das. Kommt, Randy, kommt, Randy, 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 Alarm! Spring. Warte. Nein, du musst herkommen, Ja, Mann. Oder Gekko. Nein, Ja, Mann. Das läuft nicht. Das läuft nicht. Noch neun Sekunden, das schaffen wir, das schaffen wir. Das schaffen wir. Oh, der gibt mir einen Headshot. Das schaffen wir. Mach's auf, Jump, Run! Noch. Junge, zum allerletzten Mal. Mein Channel heißt TriLP. Danke. Was ist das? Sind zwei Namen? Äh, ach Gott, der war... Ey, ich hab heute früh so einen Rülps abgelassen. Der hat geklungen, als ob einer ertrunken ist. Das war voll peinlich. So, lädst du dir mal als Zombies auf die... Ich bin richtig, Leute. Alter, Gekko, kenn... Boah, bin du schon wieder Headshot? Nein, ich bin gelähmter. Ey, Gekko, kennst du das, wenn du früh einen Rülps loslässt und der irgendwie... So klingt, als ob du ertrunken bist? Easy, Gekko. Boah, Glitch, jetzt schwing deinen hässlichen Arsch und mach was. Kann ich nicht, Gekko. Glitch wurde gerade gebrickshotet. Brickshotter. Egal, ja, man lämt jetzt erstmal den letzten an, dann ist die Runde auch schon schnell für uns vorbei, liebe Zuschauer. Ich hab keine Warp-Bus mehr. Ach, den kriegst du easy, weil du den nicht kriegst, dann hast du ne Schelle verdient. Nein! Nein! Der Kampf hat begonnen. Boah, ich war bisher einmal gelähmt und schon ist die Runde instant vorbei. Da warst du die ganze Zeit gelähmt. Boah, alter, Leute, ultra leck, ey. Fuck. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin nicht fett. Ich bin nicht fett. Wart mal, ja, mal so trichst du deinem. Oh mein Gott. Über wem ist das dein Hintergrund? Mein Glitch. Ja, morgen geht es nicht. Schrotlöse. Da drin nicht beinahe. 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 Ey, da ist niemand. Da ist einer, da ist einer. Johannes. Bertiger. Hier komm ich auf Bertiger. Ich hab ne Bartbeharrung, um es genau zu sagen. Ich hab ne... Boah, ich war ja heut beim Friseur, ja? Und ohne Witz, ich hab noch nie jemanden erlebt, der mir so viel Haare auf einmal in den Mund geträufelt hat. Nie. Ich hatte da, danach kommt wirklich das Sprichwort, du hast Haare auf den Zähnen zutreffen, ja? Ey, ich hab mir dreimal in der Minute meinen Mund ausgepult, weil der so hart war. Mein Lieber. Und ich schweige, das war nicht feierlich. Boah, wie peinlich. Boah, Junge, blockt mir. Och Gott, meine Schönheit ist einfach zu umwerfen, ich gehe. Hier kommen nämlich gleich ein paar Randys von hier. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Ich sketch den Tat nach Magie. So, Sprite Zero probiert seine Ultima... Boah, ey. Bin ich Britney Spears oder was ist mit euch los? Guck mal, wie er jumpt. Hehe. Loin. Oh Gott, nächster Gelähmter, ey. Alter Schwede. Es geht aber heutzutage fix. GP, GP. Nein, 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 nein. Ja. Ja, der Fliegenfresser wurde angelähmt. Meine lieben Freunde, das dauert nicht mehr lange. Gong, Gekko, wir machen jetzt den Ultra Special Mega Spezial Move. Der nur uns beiden bekannt ist. Ach, Glitch. Ach, du gehst da hoch. Wo ist Glitch? Nee, Glitch. Ich würde mal sagen, ich habe gekonnt, dass Fliegen gelernt, ja? So, letzte Runde zum Level ab, würde ich mal sagen. Easy going. Wir sehen uns dann übrigens morgen wieder, ja, wenn ich Sterne General 3 habe. Hoffentlich wirst du nicht mehr so ab, GP. Danach, wenn es dann ist so noch... 20 Runden am Tag, jetzt bin ich ein Bienenfarm. Tag, Gekko. Easy. Komm, ich will jammern. Schade. Oh Gott, ich hatte Giga-Lack gerade, Alter. Standbild, ey. Boah, Winkler, ist das dein Ernst? Komm doch her. Nein, nein. Nein, oh Gott, ey. Ja, komm, wenn ich erst mal... So, wir machen jetzt wieder. Meine lieben Zuschauer, jetzt kommt wieder der Ultra Mega Special Spezial Move, in den wir fliegen lernen. Ich fliege so gern, vor allem von der Schule. Miau. Nein, Cry, das überlebst du nicht, siehste? Game over. Und damit würde ich mal sagen, easy level up. Hoffentlich nicht. Oh, leider. Zu Sterne General 2, den Behindertsdrang von allen, ich würde mal sagen, zwei Tage, bis ich level up bin. Low rank, GP, low rank. Ja, weiß ich. Aber dann würde ich mal sagen, Leute, ich hoffe, euch hat dieses EP gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Pinnut, Pinnut, Pinnut.